Salut! Zur Erinnerung, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Du hast mit dem Video Übungen zum Thema Präsenz 1 schon viel geübt. Mit dem Video 2 kannst du weiter üben. Wie bei dem Video 1 kannst du die Wörter, die du nicht kennst oder vergessen hast, im Wörterbunderschlagen. Du kannst auch mal auf Pause drücken, damit du die Aufgabe ganz in Ruhe löst. Wir beginnen mit der Exerzis 3. Ergänze die Sätze mit den entsprechenden Präsenzformen, die in Klammern eingegeben werden. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und auf www.sofatutor.com Donner auf www.sofatutor.com Dr. Timon